Servus, ich bin der Bart Stefan und wir sind da heute in Reutham, das ist Böcke Waldach und wir haben da heute die Astsäge da gehabt von Fliegl und haben da bei uns ein Holz herum, Waldränder und die Wege im Holz direkt mal wieder bereinigt. Ja also den Bobcat Teleskopladen von mir haben, der hebt eben 4,3 Tonnen, ist jetzt schon größer, sag ich mal, aber mit einem halb so großen würde es glaube ich auch auf alle Fälle gehen, also man ist da jetzt nicht eingeschränkt vom Gewicht her. Also ich bin top zufrieden, mit der Säge riechst du einiges aus, eine alte Eiche, eine große, haben auch ein paar Äste abgeschnitten und die sind auch ohne weiteres zum Abschneiden gegangen, also hat wirklich gut gekauft. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.